Es gibt eine Möglichkeit im Word zu rechnen. Wenn ich jetzt entsprechende Zahlen eingebe, 30, 30 und möchte die zwei zusammenrechnen, dann habe ich hier die Möglichkeit mit Berechnen hier eine Summe zu bilden. Die Summe ist jetzt im Zwischenspeicher und wenn ich sage STRG V, dann wird entsprechend die 60 hier eingefügt. Ein weiteres Beispiel, ich könnte sagen 2 mal 50. Ich markiere diesen Bereich 2 mal 50, gehe wieder auf Berechnen und im Zwischenspeicher ist das Ergebnis eingespeichert. Wenn wir noch eine Zahlenreihe haben, also wieder die Zahlenreihe markieren. Wenn ich keine Rechenzeichen eingebe und sage Berechnen, hier habe ich das Ergebnis in der Berechnung 100 und es ist in der Zwischenablage drin. Das kann ich dann hier entsprechend mit STRG V oder auch mit Einfügen entsprechend einfügen. Zum Aufrufen dieses Befehls berechnen muss man hier entsprechend in der Schnellstartleiste auf weitere Befehle klicken. Und hier sage ich alle Befehle und hier haben wir dann irgendwo berechnen. Hier ist Berechnen, dann kann man das hinzufügen, das ist hier schon geschehen. Das Entferne kann ich das auch wieder hinzufügen. Und das Ganze habe ich dann hier oben in der Schnellstartleiste. Und das Ganze ist hier oben in der Schnellstartleiste.